Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft. Ja, die täglichen Gameplays sind so auf dem Weg zurück, kann man sagen. Ich muss nur aufgucken, wie ich das halt mit meiner neuen Stelle so in einsteinigen Dinge bringe, aber das müsste auch ganz blöd sein. Sehr schön. So, Begrüßung haben wir jetzt auch mit dem Gruppchen. Probemal. Elementarschamane, wobei die Ds hier so um 60er rum im Moment sehr häufig drauf gehen. Macht auch ordentlich Bock, sag ich ganz ehrlich. So, jetzt erst mal Aja Zadepan. Nee, das ist doch niemand. Hmhm. Januar. Ich spüre, Leben Deck. Sündst ja. Lass uns nicht einschulden. Bist aber auch nicht einschulden. Hm. Was? Bist aber auch nicht. Ja, rional. Ja. G Matt. G Matt. G Matt. Okay, hebe ich mir den Mahlstrom für das nächste Erdbeam auf. Ah, natürlich, ich guck den da voll raus. Äh, passiert. Aber, da wurde ich schon befreit. Bin ich desorientiert? Ja, Feuer tickt ein bisschen weiter. Ich muss grad sagen, wenn ich da rauskomme, kommen erst mal die Steine. Sie werden belagert. Schraubt aus und bringt mir die Leisens. Wurde ich mal sagen, it's boss time. Nehmen wir den Kamerad auch mal gleich hinzu. Da können wir auch ein Erdbeam mal hinsmeißen. Genau. Ich sollte dankbar sein, doch das kann ich schon lange nicht mehr. Okay, nur Herbo Robbenwitsch. Was gibt's hier sonst zu holen? Ja, der Schild wäre nice. Die Schulter auch wäre nice gewesen. Nee. Jo. 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 Jo, da kommt tatsächlich noch ein bisschen was, was ich gebrauchen kann. Also eine Hose und ein Gürtel. Jo, einfach mal hoffen, ne? Das Tor wurde durchbrochen. Schnell, ein Teil der Truppen muss sich an diese Einbringlinge kümmern. Ja, komm schon. Das müsste die Spinne hochkommen. Wir bleiben hier. Ich muss jetzt nämlich noch ein Erdbeben reindrücken. Ich muss näher heran. Oh, da kommt noch mehr. Okay. Dann die Riesenspinne. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, machen wir mal ein bisschen... Was macht der Tank? Sag mal, schläft der schon? Gut, dann mach ich das eben schnell alleine. Wenn die anderen nicht wollen... Kämpft hier überhaupt noch einer außer mir? Also wäre ja mal nur eine interessante Frage jetzt gerade. Ah, der Hunter, sehe ich, hat angefangen. Der Shadow Freeze. Der Tank jetzt auch irgendwo. Also ich habe hier nichts dagegen, mal ein bisschen was alleine zu machen. Aber mit Hilfe ist schon irgendwo geiler, weil geht es schneller. So, was haben wir hier? Ich habe hier eine schöne Hose nie nehmen. So, ihr dürft mir ruhig auch helfen. Da habe ich nichts gegen. Nur mal so als kleine Randinfo. Gut, wenn es so nicht klappt mit der Kettenblitze, gibt es halt ein Gewitter. Auch gut. Fangen wir einmal in Jesusbad und dann... Er trinkt er auch nicht mehr. Okay, wie kann man nichts dann aufzudrücken? Okay, wie kann man nichts dann aufzudrücken? Also ich kann das hier machen und das hier. Das reicht mir aus. Das reicht mir aus. Würde ich mal sagen... Endboss-Time. Ich brauche ein Team. Ich gehe direkt auf den Wicke. Aber gut, der kam jetzt so noch versprichtend. Ich gehe weg von hier. Ich habe hier ein Gewitter wirklich. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Und jetzt wäre es schön, wenn der Boss wieder auftaucht. Ich habe kein Ziel. Ich wollte gerade sagen, weil das Ganze ist ja ein Bosskampf und kein Endkampf. Ich bin sehr gut. Sehr gut. Ich wäre ein Almb-Frei. Gefällt mir. Das gefällt mir. ja lief doch gut für das erste gameplay seit keine ahnung macht auf jeden fall immer noch spaß also wie gesagt ich werde wieder versuchen so täglich wie möglich da was zu bringen weiß ich allerdings noch nicht wieder so hinhauen wird ja trotzdem mache ich erstmal schluss für heute und sagt tschüss bis zum nächsten mal